Ey Mann, Christina! Ja? Das ist Donnerstag und ich weiß überhaupt nicht, was ich heute posten soll. Gar nicht, absolut nichts. Fällt dir nichts ein? Kein Plan, so gar nicht, nein, gar nicht. Fällt dir was ein? Wie wär's denn, wenn du ein Gedicht schreibst? Ein Gedicht? Ja! Ich kann auch gar nicht. Voll geil, Mann! Nee, ich glaub, das ist voll so dein Ding. Ja? Willst du's nicht versuchen? So viele sagen, es fällt aus dem Rahmen, wenn Frauen sich gegenseitig anziehen und für ihre Leidenschaft gerade stehen. Du da, der da läuft, ist dein Hund nicht zu klein? Und du? Vielleicht dürfte der ein wenig zu dick sein. Viele außergewöhnliche Sachen fallen mir ein. Warum sollte Frauenliebe untereinander peinlich sein? Niemand anderes kann mir das geben, wenn ich nachts neben dir liege und deine samtweiche Haut spüre, deine Kurven von Ästhetik in Unschuld wachgeküsst. Bei Männern habe ich jene Intuition vermisst, die uns auch im Geiste verschmelzen lässt. Wenn wir wie Schmetterlinge im Wind uns umspielen und uns endlich zu Hause fühlen in dieser so intoleranten Gesellschaft. Doch an uns glauben gibt mir Kraft, denn nur darin mein Herz sich in Erfüllung wiegt, wenn eine Frau eine andere Frau liebt. Bis zum nächsten Mal.